Ja, ich finde, das sieht schon wirklich schweinegeil aus. Lenovo Premium Care, erweiterte Support von echten Menschen, also echte Menschen, echt einfach, echt schnell und PC-Gesundheitscheck, ja, PC-Gesundheitscheck bei einem Chromebook. Das ist ein katastrophales Display aus meiner Sicht, also ganz, ganz schlecht und sieht einfach aus wie, weiß ich nicht, eine ausgewaschende Unterhose. Moin, moin, liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing bei So geht Chromebook. In meinem heutigen Unboxing schauen wir uns das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook in der 14-Zoll-Variante an. Das ist sowas wie der Nachfolger vom Lenovo Chromebook S340 bzw. S345. Und was genau dieses Gerät hier zu bieten hat, das wollen wir uns doch jetzt einmal gemeinsam anschauen. Starten wir am besten mit einem kleinen Blick auf die Spezifikation. Das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook verfügt über ein mattes 14-Zoll Full-HD-Display mit modernen Bildschirmrändern. Als CPU ist ein Intel Celeron N4020 verbaut und es sind 4 GB Arbeitsspeicher sowie 64 GB e-MMC-Speicher mit an Bord. Das Gehäuse ist zwar aus Kunststoff, aber dennoch gut verarbeitet. Eine hintergrundbeleutete Tastatur hat das Device nicht. Dafür ist das IdeaPad 3 Chromebook lüfterlos und somit lautlos. Zudem kann dadurch kein Staub über ein Lüfterschlitz in das Innere geraten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos gibt Google an, dass das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook noch bis Juni 2026 mit Updates versorgt wird. Der Akku läuft bis zu 10 Stunden und das Betriebssystem ist natürlich Google Chrome OS. Du möchtest dir das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook kaufen? Dann schau unten in meine Beschreibung. Ich habe dir das Angebot zu dem Produkt dort verlinkt. Und wie bei Chromebooks üblich haben wir auch ein bisschen Papierkram am Start. Hier haben wir den Setup Guide und hier sehen wir beispielsweise auch, dass es das IdeaPad 3 Chromebook mit 11 Zoll ebenfalls gibt. Wir schauen uns ja heute hier die 14 Zoll Variante an. Wenn ihr aber weitere Informationen zu der 11 Zoll Variante sucht, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch weitere Informationen zu beiden Geräten, also auch zu der 11 Zoll Variante verlinkt. Und im Setup Guide stehen einfach ein paar Instruktionen, was ihr machen müsst, wenn ihr das Chromebook das erste Mal startet. Ein paar Informationen zu den Anschlüssen. Ja, nichts weltbewegendes, aber er ist auch hier mit am Start. Außerdem haben wir hier natürlich noch die obligatorische Sicherheit- und Garantiekarte. Hier haben wir das Netzteil vom Chromebook IdeaPad 3 und es ist wirklich ein sehr schön kompaktes Netzteil mit 45 Watt das Ganze. Ja, aber was mir besonders auffällt ist, dass es nicht so klobig und fett ist, sondern dass insbesondere dieses Teil hier, gut, es hat natürlich auch nur 45 Watt, aber dass es auf jeden Fall ein bisschen kleiner ist und somit gut verstaut werden kann und nicht so viel Platz beispielsweise im Rucksack oder in einer Tasche wegnimmt. Wenn ihr übrigens mehr über USB-Typ C erfahren möchtet, also über diesen Stecker hier, dann schaut euch gerne das Video an, was ich euch jetzt oben in der Infokarte verlinkt habe. Dort habe ich euch eigentlich alles Wissenswerte über USB-C erklärt. Schaut da gerne mal rein, wenn euch interessiert, was dieser Stecker hier alles kann. Und hier haben wir auch schon das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook in der Farbvariante Abyss Blue und ja, ich finde, das sieht schon wirklich schweinegeil aus. Jetzt hier mit den Lichtern schimmert das natürlich noch ein Stück weit schöner in die Kamera, aber ich finde auch wirklich, dass wenn man das jetzt so in der Hand hält ohne die Lichter, dann sieht das wirklich schön aus und ist wirklich eine coole Farbvariante. Ist mal was komplett anderes als so die Standard-Schwarz- oder Silberfarbvarianten. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und würde ich auf jeden Fall bevorzugen vor einer der Standardfarben. Die Haptik und die Verarbeitung des Gerätes macht auch einen wirklich guten Eindruck auf den ersten Blick. Also es ist natürlich ein Plastik-Chassis und ist natürlich jetzt auch im Einsteigerbereich angesiedelt. Also im Preisbereich, sagen wir mal so um die 300 Euro plus minus, je nachdem welche Ausstattung und welches Angebot. Aber ich muss sagen, dafür, dass es so ein günstiges Gerät ist, macht es wirklich einen guten Eindruck, liegt gut in der Hand und wirkt jetzt auf jeden Fall nicht sofort billig. Beziehungsweise, dass man etwas billiges gekauft hat. Hier bekommt man zumindest mal von dem Äußeren her ein Gerät, was auf den ersten Eindruck ordentlich verarbeitet ist. Schauen wir uns doch einmal die Anschlüsse an. Hier haben wir die Möglichkeit, ein Notebook-Schloss anzuschließen. Hier haben wir einen USB-Typ-C-Anschluss und hier haben wir einen USB-Typ-A-Anschluss. Auf der anderen Seite haben wir einen Audio-Klinkenstecker für ein Headset beispielsweise. Wir haben die Möglichkeit, eine Micro-SD einzustecken. Dann hat man noch einen weiteren USB-Typ-A-Anschluss und einen USB-Typ-C-Anschluss, über den das Gerät aufgeladen wird. Vom äußeren Anschein her erinnert das IdeaPad 3 Chromebook schon sehr stark an das S340 bzw. S345. Ich habe übrigens zum S340T, also die Variante mit IPS-Touch-Display, ein Video erstellt. Schaut euch das doch gerne mal an, wenn euch der Vergleich mit dem vorgängigen Modell zu dem hier interessiert. Und wenn ihr vergleichen wollt, was sich gegenüber dem S340 bzw. S345 geändert hat. Bevor wir in das Innere des IdeaPad 3 Chromebook schauen, hat Lenovo hier noch etwas anderes beigelegt. Nämlich den Lenovo Premium Care, erweitertes Support von echten Menschen, also echte Menschen. Und echt schnell soll das Ganze sein. Hier bietet Lenovo auf jeden Fall ein Premium Care an, dass man eben die Möglichkeit hat, mit echten Menschen zu sprechen, telefonisch, via Chat oder E-Mail. Unsere Experten nehmen sich ihre an. Echt einfach, echt schnell und PC-Gesundheitscheck. Ja, PC-Gesundheitscheck bei einem Chromebook. Auf jeden Fall scheint Lenovo das hier bei jedem Gerät beizulegen, weil ein PC-Gesundheitscheck, das braucht man beim Chromebook nicht unbedingt. Aber hier auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit, wie man den Service offensichtlich bei Lenovo erweitern kann. Und das Ganze anscheinend kostenlos. Schauen wir in das Innere des IdeaPad 3 Chromebook. Und auch beim Blick in das Innere fühlt man sich sehr stark an das S340 bzw. S345 erinnert. Das sind ja übrigens Schwestermodelle gewesen. Also das S340 mit Intel CPU und das S345 mit AMD CPU. Ansonsten sind beide Geräte ja gleich gewesen. Und das hier wirkt auf jeden Fall, abgesehen von der neuen Farbe, 1 zu 1 wie das S340. Muss aber nicht schlecht sein, weil das S340 war, wie gesagt, vom Ding her ein sehr gelungenes Einsteiger-Chromebook. Und genauso sieht das hier eigentlich auch aus. Was mir natürlich direkt wieder negativ auffällt, ist hier dieses gekrisselte Plastik bei den Bildschirmrändern. Ist jetzt auch nicht super schmal, der fette Batzen hier unten. Und der obere Bildschirmrand, der ist einigermaßen schmal, aber ist jetzt auch nicht super schmal. Alles in allem, finde ich, ist es schon in Ordnung. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich sonderlich positiv hervorheben muss. Ich denke mal, die Bildschirmränder sind so im normalen Rahmen. Der hier unten, der ist mir eigentlich schon deutlich zu fett für ein aktuelles Chromebook, was man im Jahr 2021 kaufen kann. Schauen wir uns mal die Tastatur an. Die Tastatur fühlt sich wirklich eins zu eins wie die vom S340 an, aber da fand ich sie ja schon sehr gut. Und hier muss ich auch sagen, dafür, dass es ein Einsteiger-Chromebook ist, hat Lenovo hier wirklich eine echt vernünftige und aus meiner Sicht gute Tastatur verbaut. Und das gibt auf jeden Fall für den Preis einen kleinen Pluspunkt. Das Touchpad ist leider relativ klein geraten. Also ich finde, das wirkt so im Gesamtkontext ein bisschen mickrig. Aber es ist wieder dieses gummierte, dieser leicht gummierte Überzug, der sich einfach besser anfühlt, als wenn man so ein Plastik-ekelhaftes Gefühl hat, wenn man darüber rutscht. Hier fühlt sich das auf jeden Fall eigentlich ganz gut an. Also es ist so minimal gummiert. Und auch die Klicks, die sind richtig satt. Und wenn wir beispielsweise an das HP Chromebook 14a zurückdenken, da war das Touchpad ja eine absolute Vollkatastrophe. Schaut euch das wirklich mal an. Da hat HP gezeigt, wie ein Touchpad auf keinen Fall sein sollte. Und ja, das ist hier komplett anders. Also das Touchpad und die Tastatur sind aus meiner Sicht auf jeden Fall top. Also dafür, dass es hier ein Einsteigergerät ist, wirkt es auf jeden Fall nicht billig verarbeitet, sondern eigentlich einigermaßen gut verarbeitet. Und damit macht man auf jeden Fall erstmal absolut nichts falsch. So, und hier haben wir das IdeaPad 3 Chromebook von Lenovo im angeschalteten Zustand. Und ja, ihr kennt mich ja mittlerweile und ich meckere immer über die Displays, wenn sie kein IPS haben. Und auch hier muss ich sagen, das ist ein katastrophales Display aus meiner Sicht. Also ganz, ganz schlecht. Und ich würde euch immer vom Kauf so eines Displays abraten. Ich sitze jetzt ja hier vor dem Gerät in einem anderen Winkel als ihr. Also die Kamera hält jetzt natürlich von oben drauf. Aber aus dem Winkel, wo ich jetzt gerade hier gucke, und das ist nicht großartig anders, kann ich hier eigentlich gar nicht erkennen, was auf dem Display passiert. Weil es sich nur um ein TN-Panel handelt und die Blickwinkelstabilität einfach nicht vorhanden ist. Also man muss wirklich oben drauf gucken, damit man überhaupt was erkennt. Und selbst wenn man von oben drauf guckt, dann sieht es einfach blass aus. Sieht einfach aus wie, weiß ich nicht, eine ausgewaschende Unterhose. Und ich weiß nicht. Aber ich muss natürlich auch der Realität ein Stück weit ins Auge sehen, weil ich weiß, dass dieses Gerät hier in der Kombination, also mit dem günstigen Preis und mit dem Chassis, mit der Tastatur, das wird halt in Hülle und Fülle verkauft. Und es gibt anscheinend viele Leute, für die ein Display ja nicht so die entscheidende Rolle spielt oder die dann einfach gerne ein paar Euro weniger bezahlen möchten und dann trotzdem zu diesem Gerät hier greifen. Ich habe euch jetzt auf jeden Fall gewarnt, dass das Display von dieser Variante des IdeaPad 3 ein großer Schwachpunkt ist. Aber ich habe euch trotzdem das Gerät unten verlinkt. Wenn ihr sagt, okay, ich brauche einfach ein günstiges, aber gutes 14 Zoll Chromebook und nehme eben dieses Display in Kauf, dann könnt ihr es auf jeden Fall kaufen. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung auch ein paar Alternativen, beispielsweise das Chromebook 314 von Acer mit IPS-Display verlinkt, damit ihr, wenn ihr ein günstiges 14 Zoll Chromebook sucht, auch weitere Alternativen kaufen könnt. Das IdeaPad 3 Chromebook ist natürlich nicht mit einem US-I-Stylus kompatibel, wenn ihr aber wissen wollt, was dieser US-I-Stylus kann und wie ihr trotzdem mit einem Stift dieses Gerät hier bedienen könnt, dann schaut euch gerne das Video an, was ich euch jetzt oben in der Infokarte verlinkt habe. Mein Fazit zum IdeaPad 3 Chromebook von Lenovo. Das IdeaPad 3 Chromebook ist ein wirklich schickes und ordentlich verarbeitetes Einsteigergerät, zumindest wenn man mal von außen drauf schaut und wenn man es so in der Hand hält. Auch das Abyss Blue finde ich wirklich richtig schick und sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Was aber ich hier ganz eindeutig kritisieren muss, ist erneut das Display. Das hatte ich jetzt ja eben schon thematisiert. Bitte überlegt euch wirklich gut, wenn ihr euch ein TN-Panel kauft. Das ist aus meiner Sicht eine absolute Vollkatastrophe. Aber ich würde das IdeaPad 3 trotzdem jedem empfehlen, der ein sehr günstiges und abgesehen vom Display ordentliches Chromebook im Einsteigerbereich sucht. Ich habe euch aber definitiv gewarnt, dass das Display ein einziger Graus ist und wenn ihr damit leben könnt, dann schlagt auf jeden Fall zu. Alle anderen, die sich jetzt überlegen, soll ich mir wirklich das Display antun, wenn ihr dieses Gerät hier mit einem IPS-Display findet und ich verlinke euch das unten in der Beschreibung, wenn ich das finde, dann schlagt auf jeden Fall zu, wenn der Preis für euch passt, weil wenn das Gerät hier ein IPS-Display hat, vielleicht sogar mit Touch, dann ist es wirklich ein sehr cooles Einsteigergerät und braucht sich vor dem Acer Chromebook 314 oder auch anderen Chromebooks in dieser Preisregion definitiv nicht verstecken. Aber ich werde einfach nicht warm mit diesen TN-Panels und deswegen ist es mir wichtig, dass ich euch darauf hinweise. Ich möchte aber dieses Gerät nicht komplett in der Luft zerreißen, nur weil ich persönlich so ein Display nicht mag. Es gibt ja offensichtlich viele von euch da draußen, die trotzdem zuschlagen und für die das Display offensichtlich nicht so eine entscheidende Rolle spielt und die lieber ein gutes Schnäppchen machen wollen und für die würde ich auf jeden Fall dieses Gerät hier auch empfehlen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch weitergeholfen hat in der Entscheidungsfindung für euer neues Chromebook. Schaut euch gerne auch meine anderen Unboxing-Videos an, damit ihr definitiv wisst, was das richtige Chromebook für euch ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein weiteres Video von mir verpasst. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.